Hast du Meditationserfahrung oder kommt es aus der Meditationserfahrung oder so? Meditation kannst du mich jagen mit. Also ich habe das auch alles probiert. Ich habe natürlich alles mitgenommen, aber ganz ehrlich, ich habe, na klar, du willst ja immer das haben, was du nicht bist. Und ich bin ja von hause aus einfach immer so richtig unterstrommen die ganze Zeit. Und dann denkst du natürlich, ja kann ja nicht so richtig sein, weil alle haben dir immer gesagt, das ist scheiße, wenn du so bist. Bleib doch mal ruhig, sei doch mal ein bisschen entspannt. Mein Spruch zum Verkaufen ist von der Zoffelpass. Kaufen ist besser als saufen. 6000 Views mehr auf meinem YouTube Channel und ich hatte 80 Dislike Kommentare, wo richtig Leute geschrieben haben, geh sterben und du bist so ein Opfer. Hip Hop ist nicht das, was wir denken. Das ist eine Kultur und es ist eine Bewegung, die aus dem Support heraus entstanden ist und nicht aus dem Dissen. Das ist so ein Scheiß, den dann einfach nur die daraus gemacht haben, die das halt einfach nicht leben können, weil sie nicht offen und weit genug sind, um das zu integrieren, um wirklich zu verstehen, was der Ursprung ist. Ja, die Kopfhörer weiß, der Pono war in Schwarz, wie geht ihr noch Start? Ja, ihr seid die Stars.